Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 29. Juni 2018? Heute ist wieder ein Schicksalstag und ich möchte erklären, was ich damit meine. Wir haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume und Visionen und es gibt Tage, wo wir das spüren, weil die Mond beeinflusst unseren Gefühlen und aktiviert diese Sehnsüchte, diese Wünsche. Und weil hier in solchen Tagen, wo wir das auch spüren, weil das intensiv ist, treffen wir auch wichtige Entscheidungen. Entweder glauben wir daran oder wir fangen an zum Zweifel oder wir laufen davon. Es liegt immer selbst in der Hand. Wir treffen die Entscheidungen. Das Gefühl ist da und wir bestimmen die Richtung. Und dadurch beeinflussen wir unserem Schicksal. Und aus dem Grund nenne ich diesen Tagen als Schicksalstag. Und heute ist auch ein Schicksalstag. Das heißt, wir spüren unsere Sehnsüchte. Wir haben Wünsche und Träume. Und heute erscheint das alles so hoffnungslos zu sein, dass wir neigen dazu, das zum Aufgeben. Und hier brauchen wir die Stärke. Nicht aufgeben, sondern daran glauben. Weil diese Menschen, die daran glauben und ihre Sehnsüchte, Leben, ihren Wünsche, Träume, ihren Visionen, umsetzen in Realität, weil sie das als Ziel setzen und sie das auch nicht aufgeben, sie haben immer Glück und Erfolg im Leben. Und in diesen Schicksalstagen sind die entscheidende, ob wir das aufgeben oder weiterhin daran glauben. Heute haben wir im Horoskop eine Jodfigur. Und bei dieser Jodfigur sind drei Tierkreiszeichnen miteinander verbunden. Das sind die Tierkreiszeichnen Fischen, die Tierkreiszeichnen Steinbock und die Tierkreiszeichnen Löwe. Und diese Figur zeigt etwas. Das sind die Unsicherheiten, die Zweifel und die Entscheidungsschwierigkeiten. Und das spüren sie natürlich, diese inneren Zweifel oder treffen gerade schwer die Entscheidungen, natürlich die Fischengeborenen, die Steinbockgeborenen und die Löwengeborenen. Ich habe schon verkündet, dass ich immer mehr die indische Astrologie vertrete. Warum? Weil das eine andere Berechnung ist und das steht mir näher, weil das ist viel präziser, wie das in unserem westlichen Astrologie der Fall ist. Der zweite Grund ist, dass die indische Astrologie mit Mondhäusern arbeitet und nicht nur das, sondern ein indischer Horoskop ist auch ein karmischer Horoskop. Also die Karma wird auch betont und das liegt bei mir sehr nah. Wenn ich die Mondhäuser betrachte, gerade wo die Sonnenbewegung beziehungsweise die Scheinbewegung, die Sonne ist, vermittelt uns etwas und das sind die Tränen. Das heißt, es ist immer klarer und deutlicher, heute spüren wir das auch, was wehtut. Natürlich, dieser Schmerz hängt zusammen mit Vergangenheit. Und wenn das so ist, dass diese Erinnerungen kommen oder dieses Gefühl kommt, die Tränen, dann sollen wir das auch fließen lassen, weil das reinigt auch. Also es ist wichtig, auch mal die Tränen, auch diesen Schmerz auch fühlen, anschauen. Natürlich ist das alles ein Heilprozess und wir sollen wir von diesen Erinnerungen dann verabschieden. Aber wenn die Tränen kommen, dann lassen wird es auch mal fließen. Der Mond bewegt sich heute in Tierkreiszeichnen Steinbock. Vollmond ist vorbei und hat die abnehmende Mondphase begonnen. Die abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas zu beginnen, was abnehmen soll. Wie zum Beispiel abnehmen. Aber wir sollen auch die täglichen Bewegungen, Sonne, Mond und die Sterne auch berücksichtigen, ob das wirklich der richtige Augenblick ist, etwas zu beginnen. Aber mal grundsätzlich ist die Energie das Loslassen und das Abnehmen oder von etwas verabschieden. Wenn ich die indischen Mondhaus beschreiben kann, vermittelt uns diese Mondenergie noch etwas. Und das ist die Finanzen, die Materie und heute sind auch die existenziellen Ängste sehr spürbar. Und heute sollen wir auch betrachten, wenn wir etwas starten, sollen wir das langsam angehen, egal in welchen Lebensbereichen. Und jetzt die einzelnen Tierkreiszeichnen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichnen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet immer noch für die Krebsgeborenen etwas ins Licht zu bringen, die Suche nach der Wahrheit, etwas klar und deutlich erkennen, orientieren oder die Bedürfnisse etwas klar und deutlich sehen und auch Anerkennung bekommen. Die Tierkreiszeichnen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema. Die Liebe, aber auch die Unsicherheit und Entscheidungsschwierigkeiten sind spürbar, ist immerhin ein Hin und Her momentan. Die Löwengeborenen warten auf eine Nachricht und diese Nachricht nähert sich schon. Die Tierkreiszeichnen Jungfraugeborenen ist wichtig, die Sicherheit und Stabilität und sie kümmern um die Finanzen. Eine kleine Reise oder kleinere Veränderungen, ein Besuch ist möglich bei den Jungfraugeborenen. Ändert sich auch etwas in wohnlichen Situationen. Die Tierkreiszeichnen Wagengeborenen ist schwierig gerade etwas klären oder orientieren. Wo die Wagengeborenen Glück haben, das sind die Ideen, die schöpferische Kraft. Die Wagengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und sie bekommen eine gute Nachricht oder haben gerade gute Gespräche. Etwas zum Klären ist schwierig, aber trotzdem ist eine gute Nachricht unterwegs. Die Tierkreiszeichnen Skorpiongeborenen ist wichtig, etwas zu klären. Vieles hängt mit der Vergangenheit zusammen. Kontakte von Vergangenheit oder Erinnerungen. Hier fließen auch die Tränen, aber das ist gleichzeitig die Transformation, die Heilung und ein Reinigungsprozess. Die Tierkreiszeichnen Schützengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie möchten beruflich etwas verändern, verbessern, ist wieder mal etwas unbeweglich, aber ein guter Gespräch oder ein Vertrag nähert sich schon. Ein bisschen Geduld noch, dann ändert sich etwas auch beruflich. Die Tierkreiszeichnen Steinbockgeborenen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume. Die Steinbockgeborenen sind nicht die typischen Träumer, aber die Lernaufgabe besteht daran, diese Träume ernst zu nehmen und auch als Ziel zu setzen. In diesem Prozess befinden sich gerade die Steinbockgeborenen. Heute spüren sie das ganz intensiv, aber sie fangen an, an etwas zu zweifeln oder haben gerade Entscheidungsschwierigkeiten, weil es kommt keine Bestätigung. Aber sie sollen selbst die Entscheidungen treffen. Die Tierkreiszeichnen Wassermanngeborenen fühlen sich unsicher und sie verlieren gerade die Kraft. Und in Ruhe liegt die Kraft, das heißt die Wassermanngeborenen brauchen gerade die Rückzug, brauchen gerade die Ruhe. Was wichtig ist für die Wassermanngeborenen, weil das spiegelt sich das Leben gerade, das ist die Liebepartnerschaft und die Kommunikation. Nicht nur warten, sondern auf anderen zu gehen. Die Tierkreiszeichnen Fischengeborenen ist gerade ein Heilprozess. Sie zweifeln an die Liebe, sie zweifeln an ihren Gefühlen. Oder an Gefühlen von anderen. Oder sie wissen nicht, wie sollen sie über Gefühlen sprechen. Offen zu sein oder eher zurückhaltend zu sein. Und die Fischengeborenen sollen diese Zweifel überwinden und intuitiv handeln. Nach Gefühl. Die Tierkreiszeichnen Wiedergeborenen trifft es nicht direkt diese Unsicherheit. Die Wiedergeborenen haben gerade Kraft und Mut, auch Glück. Auch in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch unterwegs und klärt sich etwas auf. Die Wiedergeborenen befinden sich gerade in einer Heilung. Die Tierkreiszeichnen Stiergeborenen haben mehr Klarheit, mehr Orientierung. Sie haben gerade Kontakte in Bekanntenkreis, Freundeskreis oder in einer Gruppe, wie zum Beispiel ein Verein, ein Sportverein oder in einer Partei. Da sind aktiv gerade die Stiergeborenen und knüpfen auch Kontakten und Freundschaften. Ein beruflicher Aufstieg ist zum Erwarten. In die Liebe, Partnerschaft und auch bei Gesprächen sind die Stiergeborenen zurzeit etwas eingeschränkt. Die Tierkreiszeichnen Zwillingsgeborenen begeistert etwas, kommen Informationen oder ein guter Nachricht. Sie spüren auch die Kraft und kommt wieder eine Vorwärtsbewegung. Und in die Liebe, Partnerschaft haben die Zwillingsgeborenen zurzeit auch Glück. Und das war mein Tageshoroskop. Wenn das schon um Wünsche geht bei diesem Schicksalstag, möchte ich verkünden, die nächste Wunscherfüllungsritual, was ich schon plane. Das kommt etwa in sechs Wochen. Sie können schon anmelden. Alles ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.